grüß tag ich war einkaufen wie man vielleicht am titel schon erkennen kann machen wir jetzt also einkaufsvideos kommt geht da weg ich brauche platz das einkaufen ausräumen für die leute ja das haben wir so vorgestellt mit dem mit dem da steht wodka übrigens nicht ja living salad habe ich mir gekauft also der lebt noch ich weiß jetzt nicht ich glaube der lebt noch vielleicht tue ich den dann nachher außer ich habe mir das noch nicht angeschaut wie das vom prinzip her funktionieren soll jetzt dreht ihr jetzt durch da ist nichts für euch dabei ihr könnt gehen ich habe euch nichts gekauft dann haben wir zehn eier weil das ist so ich möchte mir dann so eine fertige backmischung das ist sabotage was ist jetzt an dem salad so toll das erlebt oder was ich möchte mir dann so eine backmischung machen und ich wollte es gestern schon machen und habe gelesen da brauche ich drei eier ich habe aber nur zwei jetzt habe ich zwölf jetzt dann erst einmal für das frühstück gutes vom bäcker vier stück marillenkrapfen 25 prozent reduziert das wird jetzt so mittagessen hallo mittagessen abendessen mittagessen abendessen für die ganze wochen haben wir doch das wird auch reichen so ganz so ganz das könnte dann du kannst da nicht eine du kannst du kannst du kannst aber bitte nicht da eine so dann dann geht das endlich außer das blöde pikerl geht mir wohin was gesundes auch also auch was gesundes das sollte auch reichen eigentlich ein vitaminbedarf für eine wochen hoffe ich das ist alles was ich an gesundem zeig Dann habe ich gekauft eine Backelnudeln von spiraligen Nudeln, das brauche ich immer, Nudeln gehen immer. Das ist doch jetzt, erst, braucht ein Blatt. Dann, das war so ein Angebot, das war der Family Pack um 2,99 Stück, wochenende Kinder kommen, dann sind sie sicher, wer das essen mag. Dann habe ich wieder gekauft einen geriebenen Käse, Mozzarella, mag ich am liebsten von den fertig geriebenen. Hallöchen! Das ist mein Käse, gell? Das ist übrigens der Miki und das ist mein Käse. Ich mache mir ja gerne so überbackene Brote, brauche ich das, wenn wir ihn ja nicht selber reiben. Die, die finde ich total geil, Karawankensalami, die mag ich total gern. Dann habe ich gekauft, ja, weil morgen kommt, zumindestens auch kein zum Mittagessen, so True-Town-Steak, BBQ, schon fertig mariniere. Oder, falls ihr euch das nicht gefreut habt, habe ich auch Käsekreiner gekauft und da können wir ein Salat dazu essen. Oder wir können auch das dazu essen, ein Salat ist auch Salat. Salat ist Salat, ne? Genau, ich habe gekauft, eine Backel Milch. Ja, ich brauche so viel. Ich habe noch ein halberes Längerfrisch und ein ganzes Längerfrisch und jetzt habe ich mir eine frische Vollmilch noch dazu gekauft. Für zwischendurch mehr, so eine Backel brauche ich in der Woche nicht. Was wir auch dazu essen können, ist so, hast du mir jetzt über die Kamera geschleckt, ist so ein Knoblauch-Baguette für den Mini-Backofen da. Das kriegt ihr sicher hin. Dann habe ich mir so eine Grillstelze noch gekauft. Eben, da wird es schon essen. Katzen vielleicht, Zaunpirsteln. Ich habe nämlich für meine Kinder, falls sie übernachten, da frische Zaunpirsteln gekauft. Nur für mich habe ich es vergessen. Ich habe jetzt noch geholt. Dann gibt es jetzt beim Hofer, das zeigst du, das mag auch mal, wenn ich einen Kameramann brauche, sage ich das. Das ist übrigens der Zoro, der sich da jetzt wichtig macht, diese, weiß ich nicht, Krebsfleischersatz oder Fisch, also diese, ne, was man aus dem Sushi auch kennt, das isst er. Ich gerne gleich so, aus dem Backel, ohne was. Ja, dann ein Aschi für die Mama. Wenn ich dort verstecke, bleibt es mir vielleicht auch. Ein Frühstück für die Mama. Ein Müsli. Ich habe jetzt auch einen Bock gemacht. Da wäre ich wahrscheinlich mit einem Milchbackel dann nicht mehr rausgekommen. Ich mache nichts, kaufen wir es halt nach. So, und dann habe ich mir das da gekauft. Eine Emile-Backform. In wunderschönem Schweinchen-Rosa für meinen Mini-Backofen. Das ist jetzt, schau, das war jetzt nach Augenmaß gekauft, weil ich habe nämlich nichts, was da nicht gemacht. Und das, ich zeig es euch nachher, es passt, also auf den Millimeter passt es da rein. Das letzte Mal haben wir nämlich, habe ich eine Lasagne gemacht. Und die Lasagne habe ich dann in der Mikrowelle gemacht. Also die Mikrowelle, das ist so eine Grillfunktion. Es ist gegangen, es war halt ein bisschen ein Pfusch. Mir ist halt der Backofen da lieber. Ich zeige euch dann gleich. Dann habe ich gekauft, weil ich die Woche dann irgendwann, irgendwann die Woche, nächste Woche am Abend noch Besuch kriege. Wenn es schön ist, werden wir uns draußen hinsetzen. Mädelsrunde. Und da habe ich mir so ein Ding gekauft. Rotwein. Ich trinke ja kein Weißen. Und fürs Wochenende. Nein, fürs Wochenende. Für mein, für mein, also, ich schaue ja kein Fußball oder überhaupt kein Fernsehen und so. Aber das Essen habe ich dementsprechend auch schon gekauft. So. Und jetzt zeige ich euch noch meinen Backofen. Also das ist nicht mein Backofen, aber der Backofen, der da auch herum landet. Das ist der Backofen, ne. Und wie ihr seht, passt das da genau rein. Also hart genau wie ausgemessen. Und zu geht es auch, Gott sei Dank. Und, also den liebe ich noch. Also so ein Teil werde ich mir auch mal zulegen. Wenn ich dann weiß, wo ich wohne, dann wäre ich mir so ein, das reicht völlig für so einen Single-Haushalt. Mehr brauchst du nicht. Ja, damit wünsche ich euch was. Ich werde jetzt das alles da, das Chaos da weg kramen, gell. Das war ein netter Peter Kaffee, den der war schon gekauft. Der steht nur da herum. Das ist der Miki. Ja, gell. Den habt ihr jetzt auch kennengelernt. Und die anderen haben sich wieder vertschüsst. Mehr oder weniger. Und ich werde halt da das Chaos dann weg kramen. Genau. Das kann ich euch auch noch zeigen. Nämlich, das habe ich jetzt auch schon, nicht heute gekauft, aber habe ich mir auch gekauft. Eine kleine Pfanne und ein kleines Topferl. Mehr brauche ich nicht. Damit komme ich gut aus und der Backofen da. Gut, für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.